Ich habe gerade einen Keks, das ich hier überlebt habe. Aber ich habe... Ich weiß, was alles noch kommt. Das schaffen wir doch niemals. Außer ich kriege, wenn ich abstürze. Komm. Ja, ich habe einen Pling gekriegt. Jetzt muss ich nur einmal sterben. Und dann kann ich hoffentlich wieder volles Leben. So. Ah, ist das nicht schön? Jetzt rutschen wir hier runter. Und jetzt muss ich wieder auf meine Fingerchen achten. So. Butcher. Und wo kam die jetzt her? Haben wir die eben doch nicht besiegt? Oder haben wir ihr nur sehr schwere Kopfschmerzen begreitet? Ich glaube, Kopfschmerzen ist auch sehr nett. Oder? Naja. Ich habe immer noch sehr wenig Leben. Aber wir überleben das schon noch. So, jetzt... Das ist jetzt ja mal auf dem Weg. Ja. Wir holen uns jetzt erstmal dieses Ding hier. Das ist eine mit. Weil wir wollen ja auch alle Schätze finden. Und ich habe jetzt schon festgestellt... Ähm... Wir wissen ja auf jeden Fall, wo wir einen vergessen haben. Mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir noch mehr vergessen haben. So. Und rüber da. Jupp. Wieso? Habt ihr das? Ich verstehe das immer nicht. Wieso lässt sie sich ablenken? Kletter mal einen hoch. Das gibt es doch nicht. Ich verstehe das immer nicht, warum sie sich immer ablenken lässt. So. Problem beseitigt. Das ist anstrengend. Ja, und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass einer von diesen netten Herren... Die wir jetzt abfackeln. So. So, dass jetzt einer von den netten Herren hier... Medipack gleich fallen lässt. Oder wir sind tot. Oh, die dürfen uns nicht kriegen. Weil ich habe nur noch ganz wenig Leben. Na toll, jetzt bin ich tot. Kriege ich jetzt Leben dazu? Kriege ich jetzt Leben? Bitte, bitte, lasst mich Leben kriegen. Ja, ich habe Leben. Oh, ich freue mich gerade voll den Kicks. Gut, ich musste das ja Gott sei Dank nicht lange überstehen mit dem wenigen Leben. Okay, aber hier nutzen wir wieder unseren kleinen Trick. Blutsch. Und wir machen das Feuer ja auch gleich wieder aus. So, das ist jetzt unser kleiner Trick. Und jetzt müssen wir nur noch die Herren da oben besiegen, aber jetzt haben wir jetzt nicht mal so gut viel Stress, ne? Und das hätten wir vielleicht eben einfach können. So, dann hoch müssen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen auf jeden Fall wieder Munition. Okay, dann schieben wir jetzt den mal hier lang. Ja, Munition und Medi-Pack. Oh, ich bin gerade wie... Ich freue mich gerade wie ein Keks. Und Munition, die wir nicht haben wollen. So, und hier runter. Boah, sieht echt schön aus, ne? Au! Schießt mich doch nicht durchs Fenster durch. Ist das ein Vogel oder was? So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Kiste. Ohne Kiste mache ich das nicht mit. Ey! Kannst du mal bitte die Waffen... Ey, das Schwede, Mädel. Was, die Frau hat echt ein Waffenproblem. Ähm, das ist gerade ein bisschen gefährlich. Okay. Ihr wisst ja, wie ich darüber denke. So. Nö. Nö. Oh, das schaffen wir schon noch. Glück. Gut. Wie soll ich dir überall Packer-Munition rum? Das braucht doch kein Mensch. Na, komm her. Ja, komm. Habe ich übrigens im Video gesehen. Finde ich voll toll, dass man das machen kann. Ich nutze mal eben die. Huch da. Ach, du bist ja auch noch hier, ne? Na, hat er das jetzt genommen? Was liegt denn da überhaupt? Das ist schon wieder irgendein... Oh, das ist schon wieder irgendein Gewehr, was ich eh nicht nehme. So, aber jetzt haben wir hier übrigens eine große 3. Und die drücken wir jetzt auch mal rein. Weil vielleicht bringt uns das ja doch nochmal was am Ende. Ja, es bringt uns was. Guckt an. So, damit haben wir der Goldene, 3 Silberne von 5 und 6 Bronzene von 9. Das heißt, uns fehlen 5 Schätze noch, die wir jetzt nochmal nachholen dürfen bald, wenn wir das Spiel das geschafft haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt auf diesem Rückweg kein Schatz vergesse, weil ich möchte nicht noch einmal gegen diesen Seemonster-Twieg antreten. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Deshalb müssen wir jetzt schauen. Aber ich glaube fast gar nicht, dass jetzt hier noch irgendwo ein Schatz sein wird. Das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Da vorne ist noch einer. Den haben wir ja nicht gekriegt. Dort. Lässt du mal deine Waffen los? Danke. Ja, wir schwingen mal wieder eine Runde, ne? Schwingen ist gut. Schwingen kennen wir ja schon. So. Der hat nichts hier fallen lassen, was uns hilft. Was für ein Sack. Oh, jetzt kommen dann noch mehr. Oh, Hunde. Von denen her. Genau, schickt sie ins Jenseits. Ich will mal wieder den hier machen. Ich will hier ein bisschen springen. Ich will auf die... Der arme Hund. Ja, wieso ist er denn noch nicht tot? Jetzt schieß auf den verdammten Hund. Genau, schieß sie tot. Mann, dann steckt der viel weg, der Hund. Und du versteckst dich hier hinter... Das lassen wir ja überhaupt nicht zu. Ja, er hat endlich mal wieder das, was ich brauche. Langsam, aber sicher, füllen wir uns wieder. Ach, du bist auch unter einer Kiste, Orgis. Feine! Deshalb tröten wir ihn auch eher zu Tode. Ja, ich weiß nämlich zum Beispiel mittlerweile, dass hier ein Schatz war. Toll. Es heißt... Also, wir haben ein paar Schatz auf den verdächtigen. So. Jetzt, 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 jetzt. Du bist doch echt so... Oh, treten funktioniert nicht. Äh. Na komm. Schade, hat nicht funktioniert. So, alles einsammeln, was hier liegt, was man gebrauchen könnte. Kann ich die nicht einsammeln? Okay. Ja, jetzt konnte ich sie einsammeln. Ich hätte mal Waffeln wechseln sollen. So. Hoch da. Und das erinnert uns natürlich... Oh, ich will nie wieder mit diesem scheiß Gabelstapler fahren. Oh, was habt ihr denn hier gemacht? Ey, ihr habt meine schönen Kisten da weggeschoben. Die waren toll. Oh, ich will nicht. Ich kann wieder mit dem Schatz geworfen. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Das ist los! Ja, es ist ganz schön viel los, ne? Hallo, Freunde. Hey, Lara. Was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay. Alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Also wir haben England durchgespielt. Uns fehlen noch fünf Secrets. Und ich weiß etwa, wo die sind. Ich muss es gleich nochmal nachgucken, aber ein paar weiß ich. Einmal das, was wir vergessen haben. Dann da oben noch eins. Ja, okay. Ich weiß nicht alle. Okay, ich gucke nochmal nach, wo die sind. Ähm, ich will jetzt aber nicht nochmal gegen diese Schlange ankämpfen. Wir haben aber das Wichtigste. Wir haben das goldene Secret gefunden. Und wir sehen uns gleich wieder beim fröhlichen Secret suchen. Aber als allererstes mache ich nochmal... Ja. Gucke ich nochmal nach, was wir jetzt eigentlich freigeschaltet haben. Oder... Ne, das machen wir nach dem Secret suchen. Also bis gleich. Und wir sehen uns gleich.